ja ich bin noch am leben und ja ich mache auch noch youtube-videos und ja es geht mir eigentlich ganz gut und es geht jetzt auch wieder los aber bleibt kurz dran hallo willkommen dass der reini rosten vom survival shop überleben ist gut schön dass dabei bist kein produktvorstellungsvideo sondern eine kurze video antwort für die vielen anfragen die habe was ist los du magst keine videos mehr bist du krank oder was ist los oder willst du nicht mehr oder magst du nicht mehr youtube oder kinder die kommentare am wecker keines von all dem wir hatten jetzt das letzte monat eine sehr sehr intensive zeit wir haben das lager verlegt wir haben also das mal dann privat umgezogen eine wohnung aufgegeben ein büro eingerichtet hin und her räumen viele organisatorische dinge wir sind jetzt in einem großen lager das auch skalierbar ist immer das so in der fachsprache nennt das bedeutet wir können hier viel mehr einlagern früher war es so dass die manuela und ich und der bene eben da eingepackt haben und die packerl verschickt haben das geht alles nicht mehr weil es einfach so viel geworden ist deswegen haben wir das an eine firma gegeben an eine sogenannte full film mit firma soll heißen die machen uns die logistik dort liegen die ganzen produkte denen schicken wir bitte schickt das packerl dort und dahin mit den produkten und die machen das für uns anders geht das ganz einfach nicht mehr und das ganze zu organisieren das umzusiedeln bis der ganze prozess läuft hat sehr viel zeit in anspruch genommen dann eine private übersiedlung auch noch dabei wenn ja wenn schon das war auch noch dabei und eben ein neues büro eingerichtet also aber jetzt sehe ich wieder licht am ende des tunnels das bedeutet die kann jetzt wieder die videos machen die ich schon die ganze zeit machen will kann mich jetzt wieder auf das konzentrieren was mir spaß macht und das ist eben nicht backel hin und her tragen und einrichtungsgegenstände anheben sondern wieder das das heißt es kommen jetzt wieder neue videos das war ein kurzes statement also ich bin nicht krank noch nicht zumindest in der birne vielleicht aber ich spüre jetzt nichts es gibt keine grund es ist alles okay aber der winze kommt jetzt auch frisch darauf das heißt vielleicht auch die eine oder andere anfrage die nicht beantwortet habe daumen nach oben nach unten schreibt man kommentar ich freue mich auf jeden fall auf die neuen videos wieder der reine rossmann vom so bei welcher lebens kunst bis bald